Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Ich war gestern am SCBM jetzt, um zu schauen, wie sie gewinnen. Also, Bern ist Schweizer Meister, wenn das jemand von den Spielern sieht, gratulieren. Ich meine, es ist ganz herzlich, das Spiel war gut. Wie ihr seht, habe ich noch die Haare waschen. Weil ich war im Berner Fernringer und nebenan war es gerade die Zucker Fernringer. Die Zucker Fernringer waren verrückt. Und dann haben sie einfach mal bei uns übergeschossen. Und die Hosen waren ganz nass auf der rechten Seite. Und die Haare hat es auch etwas gereichtert, darum musste ich noch schnell die Haare waschen. Hier seht ihr noch ein paar Eindrücke vom Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video unbedingt ein Like. Lasst ein gratis Abo da. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt von mir. Und schreibt etwas unten in die Kommentare. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Heute schönen Tag, schöne Ostern. Und macht's gut. Ich würde euch ganz fest gerne draussen. Tschüss sagen. Tschüss. 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 Wir nehmen die Niederlande, 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 wir nehmen die Niederlande 27, Mark! Mit Nummer 41, Gregory! Mit Nummer 44, André! Mit Nummer 48, Matthias! Mit Nummer 55, Kelly! Mit Nummer 58, Henrik! Mit Nummer 65, Bravo! Mit Nummer 48, Janik! Mit Nummer 48, Tomas! Mit Nummer 48, Tomas! Mit Nummer 48, Benzo! Und mit Nummer 48, Lewato! So ist Tomas! 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 We are the champions, we are the champions, the most on the world. We are the champions, we are the champions. Als Erstes danken wir Pashinsrichter für die E-Brasse der Entschritte in der Mersano von Hauser und bitte sehr, dass man es ist, entdeckt. Schalalalalalalala Schalalalalalalala